Heute vor 30 Jahren hat die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben. Für den Frieden in der Welt und im Vertrauen darauf, dass alle ihr Wort halten. Die Ukraine hatte damals, 1994, noch das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Erde. Im Budapester Memorandum gab das Land seine nukleare Bewaffnung auf, gegen Sicherheitsgarantien der Atommächte Russland, USA und Großbritannien. Der Weg an Valery Kuznetsovs alten Arbeitsplatz führt über unterirdische Gänge tief unter die Erde. Wenn der Befehl zum Abschuss einer Atomrakete gekommen wäre, hätte der Ukrainer auf diesen Knopf gedrückt. Der Befehl ist da und muss ausgeführt werden. Das ist ihm und der Welt erspart geblieben. Heute demonstriert er die nukleare Eskalation zum Glück nur im Museum. Raketen in der Ukraine, bestückt mit atomaren Sprengköpfen. Realität in den 90er Jahren. Auch hier am Standort Birvameysk im Süden der Ukraine, wo Valery Kuznetsov im Militärdienst war. Bis in Ungarn 1991 ein Papier unterschrieben wird, das sein Leben verändern sollte. Das Budapester Memorandum. Die Ukraine, zu diesem Zeitpunkt drittgrößte Nuklearmacht der Welt, sichert zu, abzurüsten und vollständig auf Atomwaffen zu verzichten. Dafür garantieren die USA, Großbritannien und Russland die Sicherheit der Ukraine. Eine Garantie, die nicht eingehalten wird. 2014 besetzt Russland die ukrainische Krim und führt heute einen zerstörerischen Angriffskrieg. Um diesen Krieg auf Dauer zu beenden, sieht Kuznetsov eigentlich nur einen Ausweg. Die Aufnahme in die NATO. Oder die Rückkehr zu dem, von dem wir uns getrennt haben. Die nuklearen Waffen in der Ukraine erneuern. Wenn wir zumindest über taktische Atomwaffen verfügt hätten, würde es den Krieg nicht geben. Schutzlos und abhängig von anderen. Das Budapester Memorandum hat dem kollektiven Bewusstsein der Ukraine eine tiefe Narbe hinterlassen. Als Konsequenz fordert der ukrainische Außenminister in Brüssel erneut Frieden durch Stärke. Dieses Papier ist gescheitert, die Sicherheit der Ukraine und die transatlantische Sicherheit zu garantieren. Wir müssen vermeiden, diese Fehler zu wiederholen. Das ist auch die Erwartung der ukrainischen Gesellschaft. Nie wieder dürfe man schutzlos in Verhandlungen gehen. Alle Umfragen, die wir sehen und die von unserem Think Tank in Auftrag gegeben wurden, zeigen, die ukrainische Gesellschaft ist nicht bereit für Verhandlungen mit Russland ohne echte Sicherheitsgarantien. Wer garantiert der Ukraine, dass Russland nicht wieder angreift? Für die Mehrheit der Menschen ist das die zentrale Frage auf dem Weg zum Frieden. Nachutral wird im Rahmen von Russland die